Hallo zusammen, die Star Wars Celebration in London Anfang April hat eine ganze Flotte von Supersternenzerstörer großen Neuigkeiten gebracht, gleich drei neue Star Wars Filme wurden angekündigt, es gab einen Trailer und Enthüllungen zur Ahsoka-Serie, ja, der Admiral mit den roten Augen ist bestätigt, neue Staffeln wurden angekündigt zu The Bad Batch und Tales of the Jedi und es gab Infos und Eindrücke zu den Serien The Acolyte und Skeleton Crew und viel mehr. Die Neuigkeiten von der Celebration prägen unseren monatlichen News-Überblick für den April 2023, wir tragen für euch alles kompakt zusammen, damit ihr auch wirklich kein wichtiges Detail verpasst habt. Mein Name ist Kevin und hier ist unser Experte, der dabei war auf der Celebration. Hallo Daniel. Hallo Kevin. Ja, schön, dass ich mich jetzt offiziell Star Wars Celebration Experte nennen darf. Letztes Jahr saß ich ja auch noch die Nacht durch vor dem Livestream und habe die Celebration so gut es ging verfolgt. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich knapp, keine Ahnung, dreivierteljahr später hier sitze und tatsächlich einmal dort war, nachdem ich die Celebration ja schon jahrelang online verfolge und ich habe es nicht bereut, so viel kann ich schon mal sagen. Ich kann mir das total gut vorstellen. Ich habe die Celebration auch so ein bisschen verfolgt, aber halt von zu Hause aus. Diese ganzen Livestreams habe ich laufen lassen, immer wenn ich Zeit hatte. Das war an dem Wochenende nicht so viel, aber immer wenn ich irgendwas gemacht habe, im Haushalt oder im Garten, dann habe ich den Livestream laufen lassen und auch einfach nur gehört. Ich fand, das war schon ein bewegendes Erlebnis für mich als Fan, aber für dich muss es ja noch viel intensiver gewesen sein. Wenn wir das hier aufnehmen, ist die Celebration genau zwei Wochen her. Beschreib doch mal so dein persönliches Takeaway, also was hast du von dort mitgebracht, was auch jetzt so Wochen später noch nicht verflogen ist. Ja, zwei Wochen ist es her. So richtig in der Realität bin ich irgendwie immer noch nicht angekommen. Die ersten Tage war ganz, ganz komisch, wieder daheim hier in meinem kleinen beschaulichen Heimatdorf zu sitzen. Nicht nur, weil ich da irgendwie einen Tag davor noch in London war, sondern einfach, ja, es war ein Wochenende vollgepackt mit Star Wars und vor allem mit so vielen tollen Begegnungen und positiven Gefühlen. So mit eines der wichtigsten Punkte für mich war einfach auch immer das Positive und Star Wars zu feiern und mit Leuten über, ja, mein Hobby Star Wars zu reden und mich da nicht in Negativität zu stürzen. Und dort, ich habe keine negativen Stimmen wahrgenommen. Alle haben den Teil von Star Wars, der ihnen besonders gefällt, gefeiert, haben gleichzeitig die anderen respektiert. Alle Leute waren nett, höflich, zuvorkommend. Und egal, ob man alt, jung, klein, groß, dick, dünn, egal wie man aussah, jeder war willkommen, jeder wurde mehr oder weniger umarmt und so akzeptiert, wie er ist. Und jeder konnte seine Meinung sagen und sie wurde akzeptiert. Und das war alles ja in einem höflichen, netten Ton. Und das ist somit das Schönste, was ich mitgebracht habe, einfach zu wissen, dass Star Wars Fans tolle Fans sind und dass dieses toxische Online-Fandom, was es leider auch gibt, vielleicht auch wirklich nur ein lauter kleiner Teil ist, den man halt schnell über soziale Medien mitkriegt. Aber ja, Star Wars in Real Life doch nochmal was anderes ist und tatsächlich das verkörpert, was ich mir unter einem Fandom vorstelle. Gleichzeitig würdest du unterschreiben, dass das doch irgendwie auch so eine exklusive Nummer ist, weil das ist von dem Konzern initiiert und man muss eine Menge Geld auf den Tisch legen, um überhaupt da hinzukommen und teilzunehmen? Ja, das kann ich zu Teilen auch unterschreiben. Also ich habe ja schon erwähnt, ich verfolge auch die Celebration schon lange und in meinen Anfängen, das müsste so um 2015 rum gewesen sein, als ich so effektiv damit angefangen habe, als damals die Sequels angekündigt wurden und da die ersten Trailer und so gezeigt wurden. Und damals konnte man tatsächlich bei YouTube einfach auch noch alle großen Panel einfach mit zwei Mausklicks verfolgen. Da wurden dann vielleicht mal Passagen geschwärzt, die jetzt nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten aus diversen Gründen, wie dass es 10 waren, wo Effekte noch nicht fertig waren oder ähnliche Gründe, was ich auch komplett verstehen kann. Aber dass man es echt so schwer macht, den Leuten die Panels zu verfolgen, das ist tatsächlich auch eine der wenigen Dinge, die mir Bauchschmerzen bereitet. Zumal es ja selbst vor Ort nicht leicht ist, die Panels zu verfolgen. Also wir haben hier ein gutes Beispiel. Ich war mit Tom gemeinsam dort und er hatte noch seine Frau und seine Kinder dabei und dementsprechend natürlich einen ganz anderen Celebration-Alltag wie ich. Ich war viel auf Panels und habe mir viele Dinge angeschaut und angehört. Und er war natürlich eher so auf diesem Showfloor unterwegs und hat Fotos gemacht und Dinge eingekauft und so weiter. Und er hat von diesem großen Lucasfilm-Panel, was wirklich eins meiner Highlights des Wochenendes, das Gaspedal wurde durchgedrückt und das Wochenende wurde gestartet mit einem lauten Knall. Das habe ich so gar nicht erwartet und Leute, die vor Ort waren und nicht auf dem Panel waren, die haben davon fast nichts mitbekommen. Es wurde dann zwar auch der Ahsoka-Trailer direkt dort auf Bildschirmen gezeigt, aber vom eigentlichen Panel hat man so viel nicht mitbekommen. Es waren dann anschließend die Schauspieler auf dieser Live-Stage, wo man einfach auch vorbeilaufen konnte und stehen bleiben konnte. Das war ein großer Steg, der mitten in die Menge gereicht hat. Das sieht man auch bei YouTube hauptsächlich, dass von dort berichtet wurde. Und dort wurde dann so kurz und knapp das Gleiche wie auf den Panels nochmal berichtet, aber es war trotzdem nicht das Gleiche. Und ja, du hast es angesprochen. Ich habe noch nicht auf meine Kreditkartenabrechnung geguckt, aber ich habe da schon ein paar Pfund ausgegeben. Ich bin da vielleicht auch in einer Situation, dass ich mir das leisten kann und bin dankbar dafür. Aber es gibt natürlich auch Leute, für die ist es vielleicht nicht so einfach und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es vielleicht eher wieder Back to the Roots geht und dass man einfach mehr Dinge online zeigt. Und wenn man dann die Trailer schwärzt, finde ich in Ordnung, wenn man da sagt, es ist eine Vorab-Version von einem Trailer, aber dass man zumindest die Panels und diese interessanten Diskussionen gucken kann, wenn man denn möchte. Weil ich glaube, hätte ich das früher nicht so in dem Ausmaß gekonnt, wäre ich nie so dieser Fan der Celebration geworden, weil damals Couch Celebration war cool. Und warum macht ihr das denn nicht? Das ist für mich auch echt unverständlich. Ich verstehe das auch nicht. Also diese Politik von Disney-Lucasfilm, da auch ganz zentrale Dinge nur exklusiv vor Ort zu zeigen. Man kann ja davon ausgehen, die Dinge bahnen sich irgendwie sowieso einen Weg an die Öffentlichkeit. Also warum dieses Zweiklassensystem? Hat dir als Mensch vor Ort das was gebracht? Also zu wissen vor Ort, ich kriege dieses Material jetzt zu sehen, ich bin ja auf diesem Panel und andere auf der Welt nicht oder später oder irgendwelche Handy-Mitschnitte? Mir persönlich nicht. Ich bin aber jetzt auch niemand, der sich aus solchen Dingen irgendwas macht. Also ich fühle mich nicht besser, wenn ich sagen kann, ich habe Vorteile im Vergleich zu anderen oder bin da etwas privilegierter. In dem Moment habe ich mich einfach nur gefreut, selbst mal dabei zu sein, weil ich halt eben auch die Seite von letztem Jahr kenne, wo wir alle schon etwas enttäuscht waren, dass wir nicht so viel online zu sehen bekommen haben. Aber besser oder gut habe ich mich jetzt deswegen nicht gefühlt. Das hat in dem Moment einfach auch gar keinen Platz gehabt. Das kam dann tatsächlich erst wieder so ein paar Tage später, als ich gedacht habe, ja schade, Freunde von mir auch, die haben so wenig mitbekommen, weil ich natürlich da auch dann viel erzählt habe, als ich daheim war. Man könnte ja diese zwei Stunden Eröffnungspanel auch schön in einem Mitschnitt von, keine Ahnung, einer halben Stunde irgendwie zusammenfassen und wenigstens den Leuten ein bisschen mehr was zeigen. Und ich glaube auch, dass das vor Ort schon ein Kritikpunkt war und ich hoffe einfach für die Zukunft, für die nächste Celebration, vor allem die nächste Celebration, werden wir später vielleicht nochmal kurz drüber reden, ist noch ein Stückchen weiter weg für uns in Europa und auch für die Leute in Amerika, die ja wahrscheinlich schon so das Kernzielpublikum sind. Zeitverschiebung und alles, es wird das Ganze ja noch schwerer machen und deshalb hoffe ich da inständig, dass sich da ein bisschen was verändert. Gleichzeitig bleiben diese ganzen Neuigkeiten, diese ganzen Ankündigungen. Was ist dein Highlight? Wollen wir damit anfangen, mit deinem Highlight? Ja, gerne. Mein Highlight kam komplett unerwartet, die Ankündigung, dass Daisy Ridley zurück in Star Wars ist. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, dass sie vielleicht auf dem Lucasfilm-Studio-Gelände gesehen wurde und da zu Gange war und da hatte ich schon die kleine Hoffnung, dass da in ein paar Jahren was kommt, aber dass sie dann tatsächlich auf der Bühne steht und ein neuer Film mit ihr angekündigt wird und das ist dieser ehemals Damon Lindelof Film, über den wir ja auch die letzten Monate schon viel hier geredet haben, dass das quasi ihr neuer Film wird, hat mich dann persönlich schon sehr, sehr gefreut und einfach auch die Reaktionen vor Ort, weil sie kam auf die Bühne raus, die Leute sind aufgesprungen, es gab Standing Ovations. Es gibt so ein After-Video von der Celebration, da sieht man so eine Ray-Cosplayerin, die den Tränen nahe ist und ihr Freund nimmt sie so in den Arm und genau so war die Stimmung vor Ort. Ich war da auch richtig emotional aufgeladen und ich habe mich für sie persönlich einfach auch so gefreut, dass sie da so herzlich empfangen wurde in ihrer Heimat in London und dass die Leute ihr da so, so positiv zugewandt waren und das gleich am ersten Tag, das hat mir so ein richtig schönes Gefühl hinterlassen. Das wurde angekündigt gleich zum Auftakt der Celebration, genau am Freitag, am Schluss des sogenannten Lucasfilm Studios Showcases und das war eingebettet in die Nachricht. Es gibt drei neue Filme, da hat Lucasfilm-Präsidentin Kennedy erst eine Timeline vorgestellt, die sollte so ein bisschen helfen, die neuen Filmprojekte zu verorten. Die Zeitleiste reichte von Dawn of the Jedi, also die Morgendämmerung der Jedi über The Old Republic, The High Republic, über das Zeitalter des Imperiums und der Rebellion bis hin zur ersten Ordnung und danach und die Ära heißt jetzt auch wieder kanonisch offiziell The New Jedi Order. Das ist die Ära, in der dieser erste Film spielen sollen, der Lacey Ridley kommt zurück als Rey-Film. Genau, das ist der Film, der seit über einem Jahr in der Entwicklung ist, den wir immer so als den Lindelof-Film behandelt haben. Das ist jetzt der Rey-Film. Regie wird Führerin Shamin Obai-Chinoi, sie hat bei Miss Marvel in zwei Episoden Regie geführt und im Hintergrund dieses Rey-Films sollen noch Peaky Blinders Schöpfer Stephen Knight und Justin Britt Gibson mitschreiben. Inhaltlich spielt dieser Film nach Episode 9. Es geht darum, wie 15 Jahre nach der Schlacht von Exegol der Jedi-Orden wieder aufgebaut wird und eine Jedi soll diesen Aufbau anführen. Und das war der Moment auf dem Panel, wo Daisy Ridley reingerufen wurde. Wie lief das? Ja, vielleicht nochmal ein klein wenig weiter ausholen. Dieses Eröffnungspanel wurde nach außen kommuniziert, geht circa eine Stunde, 30 Minuten, was schon von der Länge her so circa eine halbe Stunde länger ist, wie die normalen Panels. Das ist meistens so, weil da halt einfach viel angekündigt wird und dann ging es so der Reihe durch. Es wurde Mandalorian, Ahsoka, The Acolyte, da kommen wir später noch dazu, wurde alles angekündigt und es war so ein Hoch, folgte auf das nächste Hoch. Dann haben wir noch ein bisschen was gesehen zum neuen Indiana Jones Film und dann wurde so langsam, aber sicher, hat man so das Gefühl gehabt, es neigt sich so dem Ende zu. Dann habe ich so auf die Uhr geguckt und dachte so, oh, wir sind ja auch schon über der Zeit. Dann dachte ich schon so für mich, ah, zu den Filmen wird wohl doch nichts kommen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ja jetzt Damon Lindelof da doch kurzfristig scheinbar nicht mehr involviert ist, wie auch immer das da gelaufen ist. Und dann war Neil Scanlon auf der Bühne und dann wurden da seine Creatures aus dem Creature Workshop vorgestellt und es hat sich wirklich so angefühlt wie, ah, jetzt runden sie das noch ein bisschen ab und dann schicken sie die Leute aus dem Saal und das war's dann. Und dann auf einmal ging diese Ankündigung los, drei neue Filme und dann wurde eben erst der Film von James Mangold und dann der Film von Dave Filoni angekündigt und das war schon so, oh mein Gott. Dann war Jamin Obeid-Ginoy auf der Bühne und hatten wenig über ihren Film geredet und mir kam da auch schon so der Eindruck rüber, dass sie da federführend verantwortlich ist und dass diese genannten Autoren eher einer Vision, die sie hat, dass sie dieser Vision zuarbeiten. Das kam in dieser ganzen Vorberichterstattung und den Gerüchten nicht so rüber und sie wirkte sehr souverän in ihrem Auftreten und ich habe da echt ein gutes Gefühl bei ihr. Und dann haben sie halt erzählt, 15 Jahre nach Rise of Skywalker, es geht um eine New Jedi Order und dann hat es schon so in meinem Kopf ein wenig so New Jedi Order, 15 Jahre. Es muss ja Rey und die ganzen Figuren irgendwie in einer Form zurückbringen. Und dann hat sie halt erzählt, natürlich wird dieser neue Jedi Order von einem Jedi Meister, also es war die englische Sprache, man wusste jetzt nicht, meint sie weiblich, meint sie männlich, es wurde nur genannt, von einem neuen Jedi Master angeführt und dann meint sie so, who would like to meet the Jedi Master? Und dann kam einfach komplett unverhofft Daisy Ridley auf die Bühne raus mit einem Strahlen, wie man sie halt kennt, Grinsen von Ohr zu Ohr und ja, das sah alles ausgetickt und sehr viel mehr haben wir zum Film auch gar nicht erfahren. Und zwar so ein paar Worte, in welche Richtung das geht, was wir hier schon auch gesagt haben. Und man hört aus diversen Kreisen, sie sind am letzten Entwurf des Drehbuchs, das sollte Stand jetzt vermutlich in den nächsten, ich glaube fünf Wochen oder so fertig sein, wenn alles nach Plan läuft. Es könnte ja sein, dass dann in Hollywood der Autorenstreik stattfindet. Da gibt es aktuell Diskussionen, weil die Verträge mit den Autoren ja neu gestaltet werden sollen, damit diese entsprechend den neuen Gegebenheiten im Streaming besser entlohnt werden. Die sind da mit ihren Regularien ziemlich streng und ich habe so den Eindruck, die wollen jetzt gucken, dass sie einen ersten fertigen Entwurf haben, dann mit der Vorproduktion beginnen können und wenn dieser Streik vorbei ist, dann sich richtig an die Arbeit machen können und vermutlich nächstes Jahr mit dem Film beginnen können, sodass der Film dann, wenn alles gut läuft, zu Weihnachten 25 in den Kinos zu sehen sein wird. Uns hier draußen klingt es gar nicht so viel anders als euch da im Saal, weil wir haben auch nicht viel mehr erfahren zu dem Film. Es heißt noch in der offiziellen Beschreibung, Gegner in dieser Geschichte soll eine Kraft sein, die sich erhebt, um den Jedi-Orden niederzureißen. Ja, das kann ja wieder alles sein. Das trifft auch fast jede Epoche in Star Wars irgendwie zu, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Ja, ich fand das auch ganz famos, diese Bilder dann zu sehen, wenigstens die Fotos von Daisy Ridley in ihrem knallroten Kleid und diese Eleganz, die sie gleichzeitig mitgebracht hat in ihrer positiven Ausstrahlung, wie sie ausgesehen hat auf dem Panel. Ich habe euch das aufs Titelbild gepackt, dieser News-Folge. Der zweite Film, der angekündigt wurde, Dave Filoni bringt die Mando-Verse-Geschichten zusammen. Das wäre so meine Überschrift für diesen zweiten Film. Wie ist das gelaufen auf dem Panel? Hat Dave das selbst mitgeteilt? Ja, er wurde eben mit James Mangold und Jermaine Obeginoy auf die Bühne gerufen und sie standen da im Dreiergespann, ähnlich wie auf der Timeline. Von Zuschauersicht aus stand James Mangold, der ja die Vergangenheit verkörpert, ganz links. Filoni steht für die Gegenwart, der stand in der Mitte. Und Jermaine Obeginoy stand auf der rechten Seite und repräsentierte die Zukunft. Und natürlich, als der Film angekündigt wurde, tosender Applaus im Saal. Ich dachte auch, oh mein Gott, Filoni macht einen Film, jahrelang haben wir doch schon darüber geredet, wie cool es wäre, wenn er einfach mal die Chance bekommen würde, auch einen Film zu machen. Zumal ja gerade Folgen wie seine Ahsoka-Folge The Jedi aus der zweiten Staffel von The Mandalorian optisch und auch, was so die Popularität angeht, glaube ich, mit zum Besten der letzten Jahre zählen. Und ja, er stand dann auf der Bühne, hatte sein Ahsoka-T-Shirt an, er sah eher aus wie auch nur ein Fan, der auf der Celebration halt rumläuft und hat so sein aktuelles Star-Wars-T-Shirt an, natürlich seinen klassischen Cowboy-Hut auf und dann wurde er so gefragt nach seinem Film und meinte, ja sehr viel kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich bin einfach nur total glücklich, einen Film machen zu dürfen, alles andere folgt zu gegebener Zeit und das waren auch mehr oder weniger fast die ganzen Infos, außer dass er ja seine Mandoverse genannte Timeline, bestehend aus The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew in ein paar Jahren zu Ende führen wird, zu einem großen finalen Aufeinandertreffen von Gut und Böse. Es hat sich für mich direkt so angefühlt wie quasi das Avengers Endgame von Star Wars, auch wenn die MacherInnen da betont haben, das wollen wir nicht, also es soll kein Avengers Style Film werden, aber so vom Gefühl her einfach eine Geschichte, die jahrelang im Aufbau ist, die in einem großen Event gipfelt, das klingt ja schon mal echt ganz schön. Ja, das ist ja auch schon das, was Kennedy auf dem Disney Investors Day damals angekündigt hatte, jetzt wieder aufgegriffen, nachdem dieser Faden lange liegen gelassen wurde. Ich habe auch so das Gefühl, das wird jetzt immer mehr zu einer geschlosseneren, lockeren Adaption der Idee von Erben des Imperiums, ohne eng sein zu wollen an der Romantrilogie von Timothy Zahn damals. Die offizielle Beschreibung des Dave Filoni Films lautet, Dave Filoni wird orchestrieren den eskalierenden Krieg zwischen den imperialen übrig gebliebenen und der jungen neuen Republik. Zusammen mit Produzent Jon Favreau wird er viele Fäden der Star Wars-Serien zusammenbringen zu einem sceneastischen Ereignis. Das sind genau die Serien, die du meintest, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka's Skeleton Crew, das wird alles zusammengeführt. Um Dave Filoni nochmal einzuordnen, er war Regisseur, Produzent und Autor bei The Clone Wars und Rebels hat The Bad Batch auf den Weg gebracht, Resistance hat bei The Mandalorian und Book of Boba Fett Regie geführt und als Autor gearbeitet und er ist maßgeblich führend bei der kommenden Ahsoka-Serie. Das wird sein Ding sein, die hat er geschrieben und er hat bei mehreren Episoden Regie geführt. Filoni betont immer sehr seine Ursprünge bei Lucasfilm, wie George Lucas ihn da reingeholt hat, er sei so Fan gewesen und so zwischen Episode 2 und 3 sei er angerufen worden von Lucasfilm und er hätte das alles für einen Scherz gehalten, dass er da mitarbeiten soll an dieser Animationsserie The Clone Wars und dann erzählt er heute immer, what George taught me, what I learned from George, also wenn man so will, von George Lucas Schüler zum Meister heute, also Dave Filoni spielt offensichtlich eine große Rolle dabei, andere kreativ schaffende Star Wars machen zu lassen, die auch anzuleiten, nicht nur selber zu machen, sondern halt auch anzuleiten. Ja, er betont immer wieder, wie wichtig der Einfluss von George Lucas auf ihn und einfach auf die ganze Arbeitsweise von Lucasfilm damals war und auch heute noch ist und er hat mehrmals auf verschiedenen Panels, wo ich ihn im Laufe des Wochenendes gesehen, gehört habe, erzählt, dass so die wichtigste Lebensweisheit, die George ihm mit auf den Weg gegeben hat, war der Satz, dare to be great. Er solle sich nicht auf dem ausruhen, was in der Vergangenheit war, sondern er solle wagen, auch einfach großartige Dinge zu vollbringen, so wie George es selbst auch getan hat, mit zum Beispiel den Prequels. Er hat sich nicht einschränken lassen von seinen eigenen Werken, von der Originaltrilogie. Er hatte eine Idee, hat die als gut befunden und hat die dann einfach mit voller Entschlossenheit auch umgesetzt und genau das hat er Filoni mit auf den Weg gegeben und das versucht Filoni jetzt eben auch anderen Leuten weiterzugeben, wie zum Beispiel den Leuten, die an The Bad Batch arbeiten. Da steht ja immer noch fett sein Name im Abspann, aber er hat auch mehrfach betont, dass er an der zweiten Staffel mehr oder weniger nur in beratender Funktion dabei war und dass es neue kreative Köpfe sind, die jetzt hier das Ruder in der Hand haben und die seine Idee fortsetzen und er ermutigt sie einfach, ja, nehmt auf mich keine Rücksicht, wenn ihr etwas für gut haltet, dann setzt es um und verfolgt es und das klingt einfach auch, ja, er klingt als wäre er ein guter Vorgesetzter und das so jemandem zu arbeiten, ist es wahrscheinlich schön als Kreativer, wenn man sich da entfalten darf. Und ich empfinde es jetzt so als vorläufige Krönung für der Filoni, dass er nach all den Jahren jetzt seinen eigenen Kinofilm machen kann. Wobei ich das auch so ein bisschen absurd finde, weil die Werke, für die er steht, die haben ja das, was Star Wars ausmacht, genauso, die drücken das ja genauso aus, nur die Skala bei einem Kinofilm ist dann doch auch immer eine andere, also da ist mutmaßlich mehr Budget und damit andere Chancen mit verbunden, aber halt auch mehr Erwartung und mehr Druck. Wie empfindest du das? Ist das mehr wert, einen Kinofilm machen zu können als eine Serie oder würdest du das so gar nicht ausdrücken? Ja, mehr wert ist schwer zu definieren. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt immer noch so, dass Serien oder auch vor allem Animationsserien etwas unter dem Radar sind. Ich denke, selbst viele Leute, die aktuell The Mandalorian schauen und gut finden, die lesen sich jetzt vielleicht nicht den Abspann durch, die wissen jetzt nicht, okay, das ist jetzt hier von Jon Favreau geschrieben, das von Dave Filoni, das ist jetzt der andere Regisseur, der diese Folge macht. Sowas interessiert uns, die sich da einfach hobbymäßig so sehr damit beschäftigen. Aber bei einem Kinofilm steht ein Regisseur nochmal ganz anders im Fokus. Da gibt es ja wochenlange Pressetouren und da steht fett der Name des Regisseurs auf dem Plakat und das ist einfach nochmal in der Wahrnehmung einfach nochmal was ganz anderes. Und wenn man so die Star Wars Filme betrachtet, es gibt halt eben neun Filme und zwei Spin-Offs und wenn da ein neuer Film hinzukommt, da schaut die ganze Welt drauf. Da schauen auch Leute, die vielleicht gar kein Mandalorian gucken, drauf und sagen, oh, ein neuer Star Wars Kinofilm könnte ich mir trotzdem mal anschauen. Man setzt sich da einfach einer neuen öffentlichen Wahrnehmung aus. Ich glaube schon, dass er da Gutes vollbringen kann, aber er wird natürlich auch der Kritik oder einer anderen Form von Kritik ausgesetzt, weil ich glaube, es ist nochmal was anderes, wie du gesagt hast. Wenn man einen Film abliefert, dann schauen alle auf diesen einen Film. Das ist anders, wie wenn man in einer Staffel, einer Serie zwei Episoden macht und da ist vielleicht mal eine dabei, die bei Kritikern und Fans nicht so gut wegkommt. Und dann ist es wahrscheinlich für den Macher auch kein schönes Gefühl, aber die nächste Episode ist ein paar Wochen später da und man kann vielleicht dann da etwas drüber bügeln bei einem Film, der steht dann erstmal zwei, drei Jahre unter Umständen für sich und wird da auseinandergenommen. Ich glaube, die Sicht der Zuschauenden, die du jetzt auch mit reingebracht hast, ist gar nicht so unerheblich. Wie hätte Episode 4 gewirkt damals, wenn die Leute nicht im Kino gesessen hätten und der Sternzerstörer wäre über ihren Kopf hinweg nach vorne geflogen? Mit dem Kawumm des John Williams Soundtracks, wenn das nur im Fernsehen gelaufen wäre. Vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit für die junge Generation, auch nochmal die Magie von Star Wars auf eine andere Art zu entwickeln und dann halt auch konzernpolitisch wichtig zu sagen, hier, hier laufen alle Fäden der Serien zusammen. Die Serien findet ihr übrigens auf Disney Plus und dafür müsst ihr Geld zahlen. Die von dir angesprochene Kino-Magie ist wirklich etwas, das ist mir auch auf der Celebration wieder bewusst geworden. Das ist einfach was, das kann Disney Plus und Streaming-Serien, so toll sie sind und sehr ich sie liebe, nicht komplett ersetzen. Weil ich hatte tatsächlich das Glück, auf diesem Panel eben zu sein und alle, die auf dem Eröffnungspanel vor Ort waren, wurden dann von Jon Favreau eingeladen, dass sie abends um 18 Uhr nochmal zurückkommen konnten. Und wir durften dann freitags, schon die Woche bevor das Kapitel 23 von The Mandalorian bei Disney Plus erschienen ist, das Ganze auf einer Großbildleinwand in einem dunklen Saal mit einer richtig tollen Musikanlage plus noch unter Anwesenheit der ganzen MacherInnen und SchauspielerInnen anschauen. Und das war einfach ein anderes Gefühl, mit vielen Leuten in einem dunklen Saal zu sitzen und das erste Mal Star Wars. Nicht, dass ich keinen Spaß habe, mit meinem Bruder oder mit Freunden auf der Couch abends zu sitzen und Star Wars zu gucken. Aber in einem Kinosaal ist es einfach nochmal ein Erlebnis, das steigert Emotionen und Gefühle einfach nochmal und ich freue mich einfach tierisch drauf, wieder in ein paar Jahren in einem Kinosaal zu sitzen und den Star Wars Schriftzug zu lesen und mich da einfach zwei Stunden oder drei Stunden komplett in einer anderen Welt aufzuhalten und alles andere auszublenden. Das können wir auch machen mit einem dritten Film, der angekündigt wurde, der Name ist schon gefallen, James Mangold macht einen Film über Dawn of the Jedi, das ist die Ära, die ganz am Anfang steht, dieser Zeitleiste, die Morgendämmerung der Jedi, also die ganz frühe Ära, mehr als 20 oder vielleicht sogar 25.000 Jahre vor der Ära von Palpatines galaktischen Imperium. Die offizielle Beschreibung dieses Filmes lautet, James Mangold nimmt das Publikum mit in die tiefe Vergangenheit und erzählt die Geschichte von den ersten Jedi, die die Macht benutzt haben und sie als befreiende Kraft eingesetzt haben in einer Ära des Chaos und der Unterdrückung. Das war von allem vielleicht die größte Überraschung, trotz Dave Filoni macht einen Film, trotz Daisy Ridley ist zurück als Rey, oder? Wie empfindest du das? Ja, definitiv, damit hat wohl keiner gerechnet, aber ich bin da auch sehr positiv, ich schätze James Mangold als wirklich guten Regisseur ein, ich mag seine Filme Logan und auch zum Beispiel Ford wie Ferrari und die Ausschnitte von Indiana Jones, die auf der Celebration gezeigt wurden, versprühen auch schön den Charme der alten Filme, plus bewegt es sich doch in eine neue Richtung, sieht optisch cool aus, die Charaktere wirken gut und dass die Thematik sich so weit weg bewegt von allem, was wir aktuell kennen, finde ich auch gut, da ist er vielleicht ein wenig befreit, hat keine Fesseln angelegt, weil das Einzige, was wir über die alten Jedi bisher im Kanon wissen, ist mehr oder weniger, dass es auf Akto da diesen Tempel gibt und dass es die ersten Jedi-Schriften gab, aber ob das sogar in der gleichen Zeit gespielt hat oder ob dieser Dawn of the Jedi noch weiter in der Vergangenheit liegt, wissen wir ja gar nicht. Du hast Indiana Jones genannt, das ist in dem Zusammenhang wichtig, weil James Mangold hat mit Kathleen Kennedy, der Lucasfilm-Präsidentin, zuletzt drei Jahre zusammengearbeitet für den kommenden Indiana-Jones-Film und bei der Gelegenheit hat er möglicherweise seine Idee gepitcht für einen Star-Wars-Film, also er soll das beschrieben haben als die zehn Gebote trifft Ben-Hur, also hier biblische Anleihen, die wir auch heute finden in Serien wie das Buch von Boba Fett oder The Mandalorian, Die Sünde oder auch Die Spione, ist mir später erst klar geworden, dass das auch eine biblische Anspielung sein kann, Die Zwölf Spione. Mangold gilt aktuell noch als sehr beschäftigt, deswegen scheint dieses Filmprojekt von allen dreien noch am weitesten weg zu sein, kann man so sagen. Ja, glaube ich auch. Alle drei Filme sollen wieder den klassischen Opening Crawl bekommen, also nicht wie bei Rogue One und Solo, wo der gefehlt hat und es mangelt bei diesen drei Filmen einfach noch an fundamentalen Informationen, also es fehlen offizielle Titel, es fehlen die Besetzungen. Alle sind in einem frühen Entwicklungsstadium, es gibt kein Erscheinungsdatum, da wurde noch nichts öffentlich festgelegt, auch wenn Lucasfilm sich hier Zieldaten gesetzt hat, der Rave-Film soll angepeilt sein für Dezember 2025, der Filoni-Film soll als Ziel ein Jahr später haben, 2026 und beim Mangold-Film ist das noch völlig offen. Das ist das, was wir euch erzählen können über die drei kommenden Filme, kompakt zusammengefasst und eingeordnet, kommen wir zum nächsten großen Ding und das war, dass auf der Celebration der Ahsoka-Trailer gezeigt wurde, auch gleich auf dem Auftakt-Panel am Freitag lief dieser offizielle Trailer, ist das richtig? Genau, auf dem Auftakt-Panel lief der gleiche Trailer, der auch auf YouTube zu finden ist. Das ist ein new beginning. Für some, war. Für others. Power. Es ist ein lange, Dinge veränder sich. Der Trailer hatte es ganz schön in sich. Wir haben viele Dinge, über die im Vorfeld gemutmaßt wurde, zum ersten Mal gesehen. Ich denke da vor allem an zum Beispiel Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla. Es war ja schon länger bekannt, dass sie mitspielen wird. Nun hat man sie endlich auch in grün zu sehen bekommen. Weiterhin war zu sehen Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren. Die wurde auch letztes Jahr auf der Celebration schon angekündigt, aber nun hat man sie zum ersten Mal in Action gesehen. Ezra Bridger wurde in einem kleinen Hologramm gezeigt. Viel mehr gab es über ihn noch nicht zu sehen. Ich denke da halten sich Filoni und Co. noch etwas bedeckt. Sie haben aber bestätigt, dass er gespielt wird von Eman Eswandi. Genau. Zu sehen ist auch der Droide Professor Hu Yang. Zu sehen und zu hören gesprochen von David Tennant, genau wie in The Clone Wars. Genau. Da gab es auch auf dem Ahsoka Panel einen Tag später eine richtig coole Info und zwar, dass Dave Filoni sich vorab schon mit David Tennant online verabredet hat und dieser seine kompletten Dialoge aufgenommen hat. Und diese haben sie dann am Set für die Schauspieler abgespielt und es hat sich so angehört, als hätten sie tatsächlich so eine Art Lautsprecher in dieses Druiden-Modell eingebaut und ihn da wirklich quasi zum Leben erweckt am Set. Da haben die Schauspieler wirklich sehr davon geschwärmt, von dieser Erfahrung mit David Tennant zu arbeiten, obwohl er gar nicht am Set war. Oder hat Dave Filoni gelernt aus den Fehlern seines Meisters, weil es war ein großes Ding an den Sets der ersten Star Wars Filme, dass die, die Droiden gespielt haben, teilweise keine Counterparts hatten, mit denen sie sprechen konnten. Ja, das ist schön. Über den Trailer hinaus gab es noch die Info, dass Wes Chatham mitspielt. Wer die Expanse gesehen hat, kennt ihn dort. Das war der Charakter Amos Burton, dieser Bullige. Und der spielt in Ahsoka den imperialen Käpt'n Enoch, der als Thrawn's Right Hand Man beschrieben wird. Es gab auch einen Blick in dem Trailer auf die Bösewichte, darunter zwei Machtnutzende der dunklen Seite, ein Meister und eine Schülerin, gespielt von Ray Stevenson und Ivana Sacknow. Die beiden Charaktere haben auch schon Namen. Der Meister heißt Balen Skull, die Schülerin heißt Shin Hati oder Hati? Ich hoffe Hati. I Hati. Ich glaube auch eher, bei Hati liegen wir schon richtig. Und diese Namen sind auch nicht aus einem Star Wars Randomizer geklaut, wie man es zum Beispiel kennt von The Old Republic, wenn man selbst sich keinen Namen ausdenken möchte und da einfach sagt, gib mir irgendeinen Star Wars Namen. Nein, diese Namen haben tatsächlich eine Bedeutung, die für Dave Filoni nicht ganz uninteressant zu sein scheint. Und zwar kommen die Namen Skull und Hati aus der nordischen Mythologie. Dort sind diese beiden riesige Wölfe, die den Mond und die Sonne über den Himmel jagen. Skull verfolgt hier die Sonne und Hati den Mond. Und wenn die beiden ihr Ziel erreichen, läutet das den vermeintlichen Untergang der Welt, genannt Ragnarök, ein. Das habe ich tatsächlich aus God of War Ragnarök, das ich vor kurzem erst gezockt habe, erfahren und dachte, jetzt hat mir zum Glück einmal wieder meine Videospiel-Affinität hier sogar in Star Wars ein kleines Easter Egg direkt erklärt. Und ich bin froh, dass ich euch hier meine Weisheiten aus God of War teilen kann. Und Eltern, lasst eure Kinder Computer spielen, aber ermutigt sie dazu, dann nachher noch ein Buch in die Hand zu nehmen und zu überprüfen, ob das auch wirklich stimmt. Genau. Aber im Zweifel greift zum Videospiel. Ray Stevenson hat auch ein paar ganz interessante Dinge auf dem Panel erzählt. Und zwar hat er erzählt, dass seine Figur nicht per se böse sei, sondern er verfolgt eine Art höheres Ziel und beseitigt da einfach alle Widerstände, die sich ihm in den Weg stellen. So wirkt auch für mich sein Auftreten im Trailer. Er wirkt jetzt nicht wie ein Sith mit bösem Blick, verschrumpelter Haut oder der irgendwie im Zerfall ist, wie man es von Palpatine oder anderen Sith Lords kennt, sondern er wirkt eher wie ein anmutiger, charismatischer Mann. Er hat ein sehr gepflegtes Äußeres, einen gepflegten Bart. Und ich meine, jeder, der Bartträger ist, weiß, ein gepflegter Bart erfordert viel Aufmerksamkeit. Da ist nichts mit verwahrlosen lassen, wie man es vielleicht von dem einen oder anderen Darkside-User so kennt. Wir wissen darüber hinaus nicht wirklich viel, aber so mag ich es einfach, schön angeteast zu werden, ohne direkt essentielle Dinge erzählt zu bekommen. Ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise kein platter Bösewicht sein könnte, dass er auch glaubt, vielleicht gute Dinge zu tun und dann vielleicht auch ansatzweise keine schlechten Ideen hat, aber dann in den einzelnen Momenten armselige Entscheidungen trifft. Aber die Beschreibung, er verfolgt ein höheres Ziel und beseitigt Giderstände in seinem Weg, ist schon, kann man schon. Ja, der Charakter Morgan Elsbeth aus The Mandalorian ist auch zurückgekehrt, zu sehen in dem Trailer, gespielt von Diana Lee Innocento. Und ganz wichtig, der Trailer zeigt Grand Admiral Thrawn von hinten und wird auch tituliert als Erbe des Imperiums, eine Referenz auf die Romanreihe von Timo Desan. Und Dave Filoni hat direkt nach dem Trailer erklärt, dass Thrawn gespielt wird von Lars Mikkelsen, der ihn schon in Rebels gesprochen hat. Und der kam auch auf die Bühne. Genau, der kam beim Ahsoka-Panel ganz am Ende noch auf die Bühne. Davor wurde der bekannte Trailer, der auch bei YouTube zu finden ist, nochmal in einer Art neu abgemixten Form gezeigt. Es war im Grunde der gleiche Trailer. Es gab nur das ein oder andere neue Versatzstück. Und eines dieser neuen Bilder war eben, Thrawn von vorne zu sehen. Und da wurde im Trailer schon direkt bestätigt, okay, das ist hier Lars Mikkelsen. Und ich muss sagen, die blaue Farbe steht ihm wirklich sehr, sehr gut. Und dann war dieser Trailer zu Ende. Und dann hat Dave Filoni so in die Runde gefragt, ja, wollt ihr Thrawn eigentlich auch mal kennenlernen? Und dann hat sich der Vorhang gelüftet und ein strahlender Lars Mikkelsen trat auf die Bühne, hat sich verneigt, hat ein, zwei Worte gesagt. Und ich glaube, er wusste selber gar nicht, wie ihm da geschieht, wie er da auf einmal von, ich glaube, knapp viereinhalbtausend Leuten bejubelt wurde. Ich glaube, ihm wurde hier zum ersten Mal so selbst schlagartig bewusst, welche Fußstapfen er da als Thrawn auszufüllen hat. Ich meine, er kennt die Figur, er hat sie in Rebels gesprochen, aber er hat da halt auch erzählt, er hatte da wenig Kontakt mit dem Fandom. Er hat eigentlich über Skype seine ganzen Dialoge aufgenommen, per Videoschalte mit eben Filoni und anderen Produzenten. Und er erlebt jetzt nun zum ersten Mal, was das Star Wars Fandom da ausmacht. Und er hatte sichtlich Spaß, mit den ganzen Leuten da zu interagieren. Ja, das kann ich unterschreiben. Ich habe ein verwackeltes Handy-Video gesehen, was jemand ins Netz gestellt hat. Er wirkte bei aller möglicherweise Überwältigung auch sehr souverän in der Art, wie er mit den Leuten gespielt hat und wie er sich selbst halt auch hat feiern lassen. Dieser erweiterte Trailer, den du angesprochen hattest, da ist noch mehr zu sehen gewesen, außer nur Thrawn auch mal von vorne. Ja, genau. Wir sehen hier in, ich glaube, zwei Szenen sind es insgesamt, sehen wir Sabine, die Ezra's grünes Lichtschwert trägt. Einmal bei einer Art Kampftraining in einer, es sieht aus wie ein Samurai-Dojo. Und in einer anderen Szene ist sie im Kampf mit Shin Hati, die ihr orange-rotes Lichtschwert schwingt zu sehen. Und ja, das hat auch Gänsehaut ausgelöst. Wir wissen ja vom Ende von Rebels, dass Ezra ihr das Schwert gegeben hat zum Aufbewahren, so lange, bis er wieder zurückkommt. Und sie hat scheinbar das Training, das sie ja auch hatte durch Kanan, weiter verfeinert und wirkt hier sehr souverän. Und so, als ob sie nicht zum ersten Mal mit diesem Lichtschwert in den letzten Jahren hantiert hat. Außerdem gab es schon die beschriebene Szene Thrawn von vorne. Und ja, ich kann einfach nur sagen, er passt perfekt und ich freue mich für alle, wenn sie dieses blaue Gesicht auch in wenigen Monaten von vorne zu sehen bekommen. Es gab eine weitere kurze Szene von Purgles, das war ganz am Ende des Trailers. Da fliegen Ahsoka und Sabine in Ahsokas Raumschiff auf einen Purgle. Vielleicht sind es noch mehrere, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung zu und weichen dem so ganz kurz aus. Das sah schon sehr, sehr imposant aus. Und eine weitere Szene war Sabine auf einem Speederbike, was ich eindeutig zugeordnet habe als eine Verfolgungsjagd auf dem Highway. vor Capital City. Diesen Highway kennen wir auch zu Genüge aus Rebels und da ist auch nicht die erste Verfolgungsjagd, die an Ort und Stelle dort zu sehen war. Insgesamt muss man einfach sagen, der ganze Trailer versprüht richtiges Rebels-Flair und es fühlt sich fast an, als würde unter dem Namen Ahsoka noch ganz klein gedruckt stehen, aka Rebels Season 5. Ja. Kevin Kainer, also mutmaßlich Kevin Kainer selbst und seinen Söhnen und weiteren Mitarbeitenden. Das ist bestätigt. Was auch bestätigt ist, ist das Erscheinungsdatum bzw. der Erscheinungszeitraum. Die Ahsoka-Serie soll erscheinen diesen August. Gucken wir auf die nächste große Serie, The Acolyte. Zu dieser Serie gab es vielleicht auch so die substanziellsten Neuigkeiten. Also es wurde erzählt über neue Charaktere. Jonas Suatamo spielt einen Wookiee-Yedi namens Kellnacker. Rebecca Henderson spielt Vernestra Rowe, eine Figur, die eingeführt wurde in der ersten Phase der Hohen Republik. Eine Miralan-Yedi, damals mit 15, eine der jüngsten Jedi-Ritter ihrer Generation. Dann später mit eigenem Padawan und ihrer Signaturwaffe eine Lichtschwertpeitsche in lila. Sie ist bei allen Schlüsselereignissen irgendwie dabei. Wirkt für mich auch irgendwie wie eine relativ zentrale Figur der Hohen Republik. Sie ist dabei beim Angriff auf Velo, beim Starlight Beacon und darüber hinaus. Es gibt unheimlich viel Storytelling mit Vern. Und das sind zwei bemerkenswerte Charakterentscheidungen direkt aus dem Herz der Hohen Republik. Also einmal dieser Wookiee-Yedi und einmal Vern. Und das, wo doch der Cast sowieso schon einiges zu bieten hatte, finde ich. Also Amandla Stanberg in der Hauptrolle über Daphne Keane bis hin zu Carrie-Anne Moss als Jedi-Meisterin offensichtlich. Da ist einiges drin in der Acolyte-Serie. Das Ganze soll spielen ungefähr 100 Jahre vor Episode 1. Und da, Daniel, wurde auf der Celebration auch ein Trailer gezeigt, den wir nicht zusehen bekommen haben. Ich habe nur gelesen, dass es dort massig Lichtschwertkämpfe gab. Unter anderem zwischen dem Charakter von Stanberg und Carrie-Anne Moss. Ja, ich habe den Trailer gesehen, aber ich war so überwältigt an Emotionen, dass ich tatsächlich nur bruchstückhafte Bilder vor Augen habe. Aber ich kann bestätigen, es waren einige Lichtschwerter zu sehen. Es gab eine Szene, auch wenn sie im Ausmaß etwas kleiner war, aber sie hat mich sehr stark an den Kampf in der Arena in Attack of the Clones erinnert, als auf einmal die Jedi auftauchen, ihre Kapuzen hochziehen und da alle ihre Lichtschwerter aktivieren. Da gab es eine sehr ähnliche Szene, in der viele Jedi in den uns bekannten High Republic Roben mit ihrer Goldverschnörkelung und den schönen Schwertern da stehen und alle möglichen bunten Farben an Lichtschwertern zu sehen sind. Und das war wirklich eine Augenweide und sowas hat man in Star Wars auch schon lange nicht mehr gesehen. Allgemein muss man sagen, was ich noch von dem Trailer in Erinnerung habe, das ist ganz, ganz fremd für Star Wars und gleichzeitig vertraut. Das ist eine komische Mischung und eine sehr spannende, interessante Mischung. Ich habe hier sehr viele Einflüsse von Akira Kurosawa oder auch asiatischen Filmen wie Crouching Tiger, Hidden Dragon erkannt. Es wird gar nicht so sehr auf Lichtschwertkämpfe gesetzt, zumindest im Trailer, sondern es wird eine Art Kung Fu in Verbindung mit Machtfertigkeiten verwendet. Wir haben auch einen Jedi-Meister, der scheinbar muttersprachlich nur Koreanisch spricht. Das ist der Hauptdarsteller aus Squid Game, was ich leider noch nicht gesehen habe. Deshalb kann ich zu ihm jetzt nicht so viel sagen, aber er hat eine sehr meisterliche Präsenz, stand da auf der Bühne mit Dolmetscher, weil er einfach Englisch nicht gut genug spricht. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann in der Serie so integrieren werden. Außerdem wird die Serie laut Leslie Hadland eine Art Mischung aus Kill Bill und Frozen, was erstmal auch eine sehr, sehr eigenartige Kombination ist. Und im ersten Moment dachte ich mir da auch, wie wollen sie das denn zusammenbringen? Und bin dann nach der Celebration, auch in Vorbereitung auf die Folge hier nochmal, ein bisschen in mich gegangen und habe geguckt, was könnte ich da denn rausziehen, was für die Story Sinn macht. Und da bin ich darauf gekommen, dass es in Kill Bill um eine Rache-Story geht und natürlich viel asiatische Kampfkunst verwendet wird, was mich optisch schon sehr stark an die im Trailer gezeigten Szenen erinnert hat. Und in Frozen hat die Hauptfigur Elsa eine geheimnisvolle, große Macht in sich, muss diese aber verbergen, weil sie die Macht selbst nicht kontrollieren kann und Angst hat damit, sich oder Menschen, die ihr nahestehen, zu verletzen. Und das klingt ja ganz nach einer Art Origin-Story einer oder eines neuen Sith, der vielleicht eine dunkle Macht in sich hat, diese nicht kontrollieren kann und vielleicht ähnlich wie Anakin den Sog hin zur dunklen Seite immer mehr spürt, und auch hier die Versuchung nach Macht und der Drang nach dieser Kraft immer größer wird. Das gepackt in einem Setting zwischen der High Republic und Episode 1. Das klingt alles sehr, sehr spannend und ich bin vor allem auch gespannt, wenn sie schon die High Republic hier so sehr einbeben, ob es auch in Richtung Darth Plagueis geht. Der ist ja Kanon, auch wenn der Darth Plagueis-Roman nicht mehr zum Kanon zählt. Zeitlich ist das Ganze auch nicht so weit weg. Und ich verspreche jedem, der die Ahsoka-Serie aus The Mandalorian mochte, der auch die Optik von Andor mochte, der die High Republic mag oder vielleicht auch die Old Republic, ich erkenne da überall viele Versatzstücke und es ist eine tolle Mischung und das wird was richtig Großes, glaube ich. Ich mag auch die Perspektive, so wie Showrunner Leslie Hetland sie in einem Interview beschrieben hat, ihr Ziel sei gewesen, die Geschichte zu erzählen aus der Perspektive der Bösewichte. Damit verbunden ist dann ja auch die Frage, wie macht man es, dass Jedi zu den Bad Guys werden? Aus Sicht der Bösewichte. Spannende Perspektive. Wann erscheint The Acolyte? Das Erscheinungsdatum steht noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen im Mai abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung wird angepeilt für irgendwann nächstes Jahr 2024. Wir gucken auf Skeleton Crew, die Serie über eine Gruppe Kinder, die im Weltraum verloren geht und versucht nach Hause zu kommen. Das ist immer so die Beschreibung gewesen. Bekanntester Darsteller ist Jude Law, der zusammen mit anderen aus dem Team dann auch aufgetreten ist auf dem Auftaktpanel. Am Freitag war das, Daniel, richtig? Genau, das war eines der Segmente auf dem Auftaktpanel. Und da wurden, wie bei den anderen Panels, eben auch nach und nach die verschiedenen Macher auf die Bühne geholt. Hier muss man sagen, Chris Ford und John Watts, die die Showrunner der Serie sind, waren nicht live vor Ort. Sie waren kurz per Video zugeschaltet. Und das restliche Panel wurde mehr oder weniger von Jon Favreau und Dave Filoni geleitet. Und Jude Law wurde eben präsentiert. Auch hier gab es einen Trailer zu sehen. Der Trailer hatte ja sehr starke Amblin-Vibes, also ging in Richtung 80er-Jahre-Steven-Spielberg-Filme. Man hatte am Anfang fast schon den Eindruck, man befindet sich in einer amerikanischen Kleinstadt. Da war so ein Landspeeder, der sah aus wie so ein Pick-up mit großen, runden Leuchten, wie man es eben kennt aus diesen typischen 80er-Jahre-Filmen. Und es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass die Kinder auf BMX-Fahrrädern durch die Gegend cruisen. Wer weiß, ob wir sowas nicht sogar bekommen. Und es sind halt einfach BMX-Speeder-Bikes oder was auch immer. Die darstellenden Kinder wurden auch auf die Bühne geholt, zumindest drei von den Vieren. Genau, eine Darstellerin war, glaube ich, krankheitsbedingt nicht dabei. Die haben sie entschuldigt. Die anderen drei haben einfach nur bis über beide Ohren gestrahlt und haben sich gefreut, in Star Wars dabei zu sein und haben erzählt, wie cool es war, mit Jude Law zusammenzuarbeiten. Und alles, was dort so vermittelt wurde, war eine Geschichte für die ganze Familie, für Kinder, für Erwachsene, für Leute allen Alters, wie die Steven Spielberg-Filme früher halt auch waren. Und ich habe als Kind Filme wie ja E.T., Die Goonies, sehr geliebt. In jüngster Vergangenheit Serien wie Stranger Things, die auch sehr auf dieses Gefühl der 80er zurückgreifen. Und das alles irgendwie kombiniert in einem Star Wars Setting. Ich habe mich da schon vor meinem geistigen Auge gesehen, wie ich mit meinem Patenkind in ein paar Jahren auf der Couch sitze und Skeleton Crew zusammenschaue. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Und der Auftritt von Jon Favreau und Dave Filoni ist ja nochmal so ein Fingerzeig darauf, dass das eng verwoben werden soll mit dem Mandoverse. Also in Skeleton Crew sollen Charaktere aus The Mandalorian auftreten und umgekehrt auch in Mandalorian Staffel 4 sollen halt auch Charaktere aus Skeleton Crew auftreten. Wann erscheint das Ganze? Es gibt noch kein fixes Datum. Ende dieses Jahres gilt als möglich. Vielleicht auch Anfang 2024. Endor Staffel 2 steht uns bevor. Aber die Dreharbeiten laufen, sollen zur Hälfte fertig sein. Es wurde auch ein bisschen Teaser-Material gezeigt auf der Celebration. Ja, wobei hier auch tatsächlich die Betonung auf ein bisschen ist. Der Teaser ging zwar, würde ich sagen, knapp eine Minute, aber sie haben eben auch erzählt, wir sind mitten in den Dreharbeiten, vor den Toren von London in den Pinewood Studios. Wir haben jetzt nur hier mal zwei Tage freigemacht und sind auf der Celebration. Und wir bringen euch ein wenig Material direkt vom Set mit. Und dann haben wir ein bekanntes Musikstück aus dem Soundtrack der ersten Staffel zu hören bekommen, welche die neuen Bilder unterlegt hat. Wir haben hier eine sich immer weiter zuspitzende Stimmung zu sehen bekommen. Viele Setpieces, einen Aufstand, den ISB von innen, viele bekannte Figuren in neuen Outfits mit neuen Frisuren, neuen Mützen. Teilweise sah es aus, als wären sie Spione undercover. Es wurde einfach ein tolles Stimmungsbild vermittelt und es wurde von Tony Gilroy noch mal betont, wie stolz er auf alles, was sie aktuell da drehen, bereits ist. Und er verspricht den Leuten eine noch bessere zweite Staffel. Er hat noch mal ausdrücklich gelobt, dass er einfach von vorne herein festlegen konnte, dass es mit der zweiten Staffel endet, weil er gemeint hat, das Ende zu kennen. Er gibt ihm als Autor einfach solche Freiheiten und solche Möglichkeiten, diese Geschichte punktgenau abzuschließen und dann eben in Rogue One enden zu lassen. Und sehr viel mehr zur Story wurde eigentlich hier gar nicht gesagt. Man hat sich eher ein bisschen rückbesinnt auf die erste Staffel und den Leuten so angeteasert. Es wird Großes kommen, aber wir verraten euch noch nicht was, aber freut euch einfach auf vermutlich nächstes Jahr August wurde von Tony Gilroy gesagt. Er wurde dann so ein wenig von Kathleen Kennedy beäugt, so nach dem Motto, sag mal lieber nicht so ein genaues Datum. Aber es scheint wohl Sommer, Herbst nächsten Jahres irgendwann dann zu erscheinen oder zumindest in der Produktion beendet zu sein. Wann es dann erscheint, ist ja auch immer eine Sache der Planung im Zusammenhang mit anderen Serien, die auf Disney Plus da noch laufen werden. Wir gucken ja in dieser News-Sendung jetzt sehr darauf, was sein wird, was angekündigt wird für die Zukunft. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, der für mich als Fan dieses Celebration halt auch stark macht, der Blick zurück. Das war bei Endor ganz, ganz schön, das zu feiern. Also wenn man diese Serie gern hat, ist die Celebration auch heute noch eine Möglichkeit, das zu feiern, indem man nochmal in diese Livestreams reinguckt und sich die Panels anguckt, wo die Darstellenden halt auch aufgetreten sind. Zum Beispiel gibt es einen kleinen Auftritt von Dennis Gau, Kyle Soller und Adria Adjorna. Also die Charaktere Cyril Kahn, Deidre Miro und Bigs Kaleen sitzen dann da und reden über ihre Rollen und ihre Darstellungen. Und Dennis Gau erzählt, wie stolz sie war, dass sie eine Szene hatte, wo sie mal die Augenbraue hochheben konnte, weil sie das schon immer machen wollte. But it was my favourite. I can't even tell you, I remember asking for another take so that I could do this. And just raise. The eyebrow! I have wanted to do that on any show my whole life. I was like, oh please, can I do that thing where you look up and it's all really dramatic and then you just raise a tiny bit of your eyebrow. And then it just became like, what else can I make twitch? Das sind diese Momente in der Celebration, wo ich den Leuten auch so ein bisschen näher kommen kann. Es funktioniert nicht immer, weil auch nicht alle das zulassen, aber bei manchen kriege ich mehr so das Gefühl, teilweise auch die sind Fans, also auch Leute, die gerade nicht so sehr im Fokus mehr stehen bei Star Wars. Was zum Beispiel Gwendolyn Christie hatte, mehrere Auftritte, wo ich gebannt davor saß und ihr zugehört habe und dachte, mein Gott, die nutzt die Möglichkeit, dass sie eine bekannte Persönlichkeit ist, sehr gezielt um ihre Botschaften zu vermitteln. Das hat die sehr gut drauf gehabt, finde ich. Und sie hat mich sehr davon überzeugt, dass sie unbedingt, wirklich unbedingt mal bei Star Wars mitgespielt hat. Und das kann man halt heute noch miterleben, nachträglich auch, wenn man in diese Livestreams auf YouTube nochmal reinguckt. Die stehen da komplett drin, alle vier Tage in kompletter Länge und über Kapitelmarken kann man halt auch gezielt ansteuern, was einen interessiert. Und da ist auch einiges zu Endor dabei. Tony Gilroy ist unter anderem auch aufgetreten und jeder einzelne Auftrag von Dave Filoni ist für mich ein Fest. Genau so ist es vor Ort auch. Also man hat durchweg das Gefühl, die Leute lieben und feiern Star Wars und keiner dieser Schauspieler, die wir vor Ort sehen, sind dort, weil sie hier berufliche Verpflichtungen haben. Natürlich trifft es schon vermutlich auch zu, aber die Leute hatten Spaß. Da waren wirklich Star Wars Fans dabei, wie Ming-Na Wen. Die ist auf die Bühne rausgekommen in der Livestage. Ich stand da zwei Meter vor der Bühne. Die hat Selfies gemacht, die hat gefeiert mit der Menge. Oder auch Ian McDermott, den ich für ein Foto treffen konnte und der einfach von sich aus mir die Hand entgegengestreckt hat, mir die Hand geschüttelt hat und ich ein paar Worte mit ihm reden konnte. Und es war nicht aufgesetzt. Es war einfach die Freude daran, dass es Star Wars gibt, dass sie so einen coolen Job machen können. Manche sind selbst Hardcore-Star-Wars-Fans. Andere arbeiten einfach gerne in diesem Setting, auch wenn sie sonst vielleicht gar nicht Star Wars gucken, was ja auch voll legitim ist. Aber sie identifizieren sich voll mit ihrer Arbeit und haben auch einfach ihre Dankbarkeit den Fans gezeigt und auch gesagt, ja, danke Leute, wir wissen alle, wir haben ein privilegiertes Leben. Wir können einen coolen Job machen. Wir verdienen wahrscheinlich alle auch ganz gut Geld, aber wir können das nur machen, weil ihr uns feiert. Wenn ihr uns nicht mögt, wenn ihr uns dumm gesagt cancelt oder nicht mehr anschaut, dann sind wir weg von der Bildfläche. Und da muss ich auch auf jeden Fall nochmal das emotionalste Ereignis des ganzen Wochenendes hervorheben. Und es war, als Hayden Christensen auf der Live-Stage war. Wir haben da eineinhalb Stunden vorher auf dem Boden quasi gecampt und gehofft, dass er noch kommt. Da hieß es immer, ja, es ist nicht ganz klar, weil er auch noch private Verpflichtungen hat, ob er das noch schafft. Und dann hat er tatsächlich die Zeit gefunden und kam noch auf diese Live-Stage, nachdem er irgendwie zehn Stunden Autogramme verteilt hat. Und er kam auf die Bühne. Es waren fünf Minuten Standing Ovations. Man, you guys sure know how to make a guy feel good. That was very nice, thank you. We do. I love you guys too. Hi Hayden Christensen. Making me emotional. Er hatte Tränen in den Augen und hat sich bei den Leuten bedankt, dass sie ihn mit so viel Wärme und so viel Liebe empfangen haben, weil er einfach früher auch ziemlich abgestraft wurde von der Presse und von vielen Fans. Aber Leute, hauptsächlich, sag ich jetzt mal so, in meinem Alter, Anfang 30, die zu Prequel-Zeiten halt kleine Kinder waren, gerade richtig in dem Alter anzufangen mit Star Wars. Die haben ihn gefeiert und er war so dankbar und hat gesagt, danke, danke, ich bin wieder zurück, danke euch und kann wieder dem Schauspiel nachgehen, nachdem ich zehn Jahre lang in der Versenkung verschwunden war. Und das war ehrlich, aufrichtig und das war einfach schön. Und solche Momente gab es das ganze Wochenende lang. Ich könnte euch hier noch oder dir hier noch stundenlang von solchen Dingen erzählen. Und gerade bei Hayden Christensen wirkt es für mich halt auch wirklich ehrlich, weil er kein Mann vieler Worte ist und kein Mann der geschliffenen Worte. Der druckst da rum und lässt nur Emotionen raus. Wirklich schön. Danke für den Hinweis dahin. Wir kommen zur nächsten Serie. The Bad Batch Staffel 3 ist offiziell jetzt angekündigt. Das ist passiert am letzten Tag der Celebration. Nach dem massiven Cliffhanger im Staffel 2 Finale kriegt The Bad Batch eine dritte Staffel. Es wird die letzte sein. Und da wurde auch ein kleiner Trailer gezeigt. Wieder nur euch, uns nicht. Ja. Was gab es da zu sehen? Das fand ich wirklich schade, weil der war alles andere als unfertig, dieser Trailer. Wir haben ja in unseren Besprechungen der zweiten Staffel oft die Musik und die Optik gelobt. Und meiner Meinung nach war das nochmal ein richtig großer Schritt nach vorne, was man da gesehen hat. Es wirkte alles sehr, sehr, sehr düster. Der Imperator war auf Mount Tentis zu sehen. Es gab einen kleinen Monolog von Palpatine, der so die Richtung der Staffel antiesen sollte, dass es in Richtung Klonprojekt geht und dass das eines der höchsten Bestrebungen des Imperiums ist. Und ich hatte Gänsehaut, als ich Ian McDermott da über die Lautsprecher zu hören bekommen habe. Wir haben eine kleine Szene gesehen, die schon so in Richtung auch The Mandalorian hindeutet. Es gab auf Mount Tentis genau diese roten Lasertore zu sehen, die auch Moff Gideon in seiner neuen Geheimbasis hatte. Also die wissen schon genau, in welche Richtung es da gehen soll. Und ja, wir haben Omega und Crosshair zusammengesehen. Wir haben die Bad Batch unterwegs mit dem großen Ziel, die beiden zu retten, was wohl die zwei Haupthandlungsstränge der Staffel darstellen werden. Sehr viel mehr gab es nicht, auch viele Action-Momente. Es gab auch ein paar bekannte Figuren im Hintergrund. Und ich kann hier auch nur sagen, wem die zweite Staffel von The Bad Batch so gefallen hat wie uns beiden, der wird mit der dritten Staffel nochmal richtig belohnt und bekommt, wenn es auch traurigerweise die letzte Staffel ist, glaube ich, hier noch einen schönen runden Abschluss für die Geschichte. Weil ich glaube, das ist auch gar nichts Schlechtes, wenn man mal, siehe Endor, ein Ziel vor Augen hat. Weil besser, wie wenn es dann so gewesen wäre wie The Clone Wars, dass es dann einfach abgesetzt wird und man jahrelang warten muss, um sein verdientes Ende noch zu sehen. So wissen wir, okay, wir haben eine Staffel für diese Geschichte und ich bin sehr gespannt, welche emotionalen Höhen und Tiefen wir da zu sehen bekommen. Das Panel dazu, was man sich auf YouTube anschauen kann, das war auch ein Selbstläufer. Die Moderatorin hatte kaum was zu tun, weil sie zugucken konnte, wie die Beteiligten sich den Ball so zugespielt haben. Da saß die Bradley Baker, der alle Klone spricht und Michelle Ang, die haben über ihre Charaktere gesprochen. Baker hat erzählt, warum The Outpost seine Lieblingsfolge war und ich so, ach, das ist auch meine Lieblingsfolge, danke, die. Und die Chefautorin Jennifer Corbett hat erzählt, dass sie beim Militär war und diese Folge für sie unter anderem deswegen besonders wichtig war aus dieser Veteranperspektive. Das ist einfach wertvoll gewesen für mich zu sehen. Wann erscheint die dritte Staffel von The Bad Batch? Es gibt noch kein genaues Datum. Angepeilt ist irgendwann 2024. Ob da auch schon die nächste Serie erscheint, wissen wir nicht. Tales of the Jedi Staffel 2. Die kleine Bombe platzte auf dem Panel zum 15. Jubiläum von The Clone Wars. Warst du da, Daniel, zufällig? Da war ich tatsächlich glücklicherweise dort und zwar waren wir an dem Tag unterwegs und dann habe ich in die Celebration App geschaut und geguckt, was gibt es denn noch an Panels, die man heute mitnehmen könnte. Und dann war irgendwie klar, in knapp zwei Stunden ist das 15 Years Clone Wars Panel. Dann sind wir da an die Schlange gegangen. Da war schon ziemlich viel los und dann hieß es einfach, ja, tut uns leid. Ihr in diesem kompletten Bereich hier werdet mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr in das Panel reinkommen. Geht am besten wieder weg. Das ist Zeitverschwendung. So sinngemäß hat uns dieser Ordner das erzählt. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, komm, ich bin sowieso gerade ein bisschen am Arsch. Lass uns einfach mal hier ein bisschen auf dem Boden sitzen, was trinken. Dann gucken wir mal, wie sich so die Situation entwickelt. Dann haben glücklicherweise für mich viele Leute in der Schlange scheinbar die Lust am Anstehen verloren. Und bis dann diese eineinhalb Stunden rum waren und der Einlass war, waren wir vielleicht noch 20 Leute in diesem Bereich oder 30 und wir wurden dann alle tatsächlich noch reingelassen. Und es gab dann sogar noch freie Sitze im Saal. Sodass sogar scheinbar Laufkundschaft, die zufällig am Saal vorbeigelaufen sind, noch von den Ordnern angewiesen wurden. Ja, hier, kommt doch rein, wir haben noch Plätze. Da hat scheinbar dieser eine Ordner ein wenig sich verzählt und hat die Leute fälschlicherweise weggeschickt. Aber Glück für uns, dass wir hartnäckig waren. Und ja, da wurde eben auf The Clone Wars zurückgeschaut. Dieses Panel ist auch auf YouTube zu finden. Und es ist ein tolles Panel für alle Clone Wars Fans und für alle Dave Filoni Fans vor allem. Und ja, da hat er eben auch erwähnt, dass es eine zweite Staffel von Tales of the Jedi geben wird. Und er da scheinbar aber anderen Leuten aus der zweiten Reihe die Möglichkeit gibt, ihre Star Wars Geschichten zu erzählen. Genau, das hat er gesagt relativ am Ende. Da waren die Bradley Baker, Ashley Eckstein, Matt Lanter und James Arnold Taylor gerade dabei, so Witze zu machen. Und ein Clone Wars Zitat nach dem anderen aus ihren Charakteren heraus. James Arnold Taylor hat es dabei ein bisschen übertrieben mal wieder, fand ich. Und da schaltete sich dann Dave Filoni ein, dass er noch eine Neuigkeit abladen wolle. Tales of the Jedi sei so spaßig gewesen, deswegen habe er entschieden, mehr zu machen. Und er müsste seinen Paderwan bei Lucasfilm Animation noch ein bisschen was beibringen, damit Lucasfilm Animation stark sein könne. So, I'm using the Tales of the Jedi and I'm telling some stories and I'm giving some people there an opportunity to step up and direct, step up and right, step up and try to learn the ways of the force, as George taught me, as now I hopefully will teach them. So, Lucasfilm Animation will be strong for years and years to come and that's what we're gonna do. In der Serie Young Jedi Adventures, es gab eine Menge Neuigkeiten zu The High Republic, da ist die komplette Phase 3 angekündigt worden. Sie heißt Trials of the Jedi, das soll anknüpfen an das Ende von Phase 1. Und das ist jetzt hier kein großer Spoiler, weil es fett auf dem Titelbild ist, die Zerstörung von Starlight Beacon. Dazu erscheint am 14. November der Roman Eye of Darkness von George Mann. Das wird beschrieben als Sieger-Ehrenrunde für Markian Rowe, während die Jedi dabei sind, ihre Wunden zu lecken. Und danach kommt ein Roman für eher junge Leute, der Begriff dazu ist Middle Grade, Roman von Daniel Hose Older und Alyssa Wong, der heißt Escape from Vallow. Es erscheint Ende Januar 2024 und Roman 3 wird dann wieder fürs jüngere Publikum Defy the Storm von Justina Island und Tessa Gretton. Die Erscheinung ist geplant für März 2024. Das ist nur der Auftakt in diese dritte Phase der Hohen Republik. Es folgen jeweils noch zwei Erwachsenen-Romane, zwei Middle Grade-Romane und zwei Young Adult-Romane. Das dauert bis ins Frühjahr 2025. Da erscheint Trials of the Jedi von Charles Soule. Es wurde auch einiges nicht angekündigt auf der Celebration. Also ich habe keine Infos bekommen über ein neues Spiel. Es wurde nichts gesagt über eine mögliche Obi-Wan Kenobi Staffel 2. Da hat sich Kathleen Kennedy sehr bedeckt gehalten. Und überhaupt, es wurde jetzt keine neue Serie angekündigt. Also nichts, von dem man noch nie gehört hat. Es waren alles Updates für bestehende Projekte. Was noch angekündigt war, wann ist die nächste Celebration? Und das war eine Überraschung. Die nächste Star Wars Celebration ist nicht schon nächstes Jahr. Sie ist nicht wieder in den USA, sondern sie ist erst übernächstes Jahr 2025. Und das in Japan. Du meine Güte, was für ein Investment. Japan ist sowieso ein furchtbar teures Land. Und da hinzureisen ist sehr aufwendig für uns und für die Amerikaner auch. Und für andere aus den Teilen der Welt. Und da ist die nächste Star Wars Celebration. Aber es ist trotzdem ein guter Ort. Ja, ich habe Blut geleckt dieses Jahr. Und ich hatte mit die vier besten Tage überhaupt, seit ich Star Wars Fan bin. Und Japan ist etwas komplizierter mit Reisen, mit der Sprache, mit allem. Auch geldtechnisch. Aber ich werde tatsächlich versuchen, auch in zwei Jahren dort wieder vor Ort zu sein. In zwei Jahren kann man viel planen, sich gut vorbereiten. Und vielleicht das Ganze mit einem kleinen Japan-Urlaub verbinden, dass es sich auch lohnt. Datumstechnisch finde ich 2025 auch ganz gut. Bis dahin haben wir wahrscheinlich einen Großteil, wenn nicht alle, der angekündigten Serienprojekte soweit gesehen. Und wenn dann alles nach Plan läuft, wäre das dann ja circa ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor der Rey-Film dann Weihnachten 2025 im Kino kommt. Und also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Hauptaugenmerk wird, inklusive zehn Jahre The Force Awakens und 20 Jahre Revenge of the Sith. Zwei tolle Jubiläen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein großes Thema wird auf der Celebration. Ja und Daniel, zum Abschluss der Sendung nochmal der Hinweis in eigener Sache. Das hier ist die letzte Bucketheads-Sendung für mich. Ich habe Mitte April erklärt, dass ich ab Mai aussteige. Also wir veröffentlichen für die Unterstützenden noch eine Folge Star Wars. Und ganz wichtig, das Ergebnis des Fan-Fiction-Wettbewerbs. Nikolas hat die Geschichte der Klon von Clara Manzel vertont. Ich habe es noch nicht gehört, aber von allem, was ich gehört habe, wird es fantastisch. Es muss fantastisch werden. Daniel, danke, dass du an meiner Seite warst, heute in diesen News-Sendungen und in vielen anderen News-Sendungen. Ich kann das Danke nur an dich zurückgeben. Ich weiß, du magst Lobpreisungen normalerweise nicht so gerne. Aber jetzt hier in unserer letzten gemeinsamen Aufnahme muss ich einfach auch mal von Herzen Danke sagen. Ich bin in der privilegierten Position, dass ich selbst vor dem Mikrofon sitze in meinem Lieblings-Podcast. Ich war ja früher auch nur ein ganz normaler Fan und Zuhörender. Und ich habe in dir einfach auch einen richtig guten Freund gefunden. Und deshalb, ja, danke für die coole Zeit, Kevin. Und ich hatte ja unglaublich viel Spaß mit dir hier. Danke, Daniel. Schön, dass du den Schritt rausgewagt hast ans Mikrofon. Das gilt ja für alle anderen auch, die hier mitgepodcastet haben. Das war für uns ja alle eine neue Erfahrung. Ich habe in dem Podcast auch ganz viel Gemeinschaft gefunden. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, habe ich mich in meiner Liebe zu Star Wars auch so ein bisschen allein gefühlt. Ich habe mich unwohl gefühlt mit der Art, wie medial darüber diskutiert wurde. Und auch heute noch darüber gesprochen und geschrieben wird. Da frage ich mich, warum so viel Fokus auf das Negative? Ja, das sind Mechanismen, die in der Medienwelt normal sind und die halt auch psychologische Grundlagen haben. Ja, das Negative ist interessant für die Leute. Aber warum machen wir das mit? Warum machen wir so viel Geschrei mit? Warum machen wir mit, dass so viel subjektive Wahrnehmung verkauft wird als objektive Wahrheit? Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe. Die Arbeit am Podcast, die Art, wie wir auch als Team am Mikrofon zusammengewachsen sind, der zahlenmäßige Erfolg von Bucketheads, die Rückmeldung und der Austausch mit euch Zuhörenden, die haben mir gezeigt, wir sind da mit unseren Gefühlen nicht allein. Wir können beieinander Verständnis finden. Wir können im respektvollen Austausch und Reflektieren auch miteinander wachsen und besser werden. Es gibt einen Bedarf an diesem Umgang miteinander, weil er auch besser zu uns Menschen passt, meine ich. Und dieser Umgang kann funktionieren, wenn wir dafür arbeiten, uns unterstützen und auch öffentlich dafür einstehen. Und das alles ist etwas, das bleibt. Also der Geist von, nein, ich werde nie zur dunklen Seite gehören, ihr habt versagt, Hoheit, ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Dieser Geist bleibt. Und wenn diese News-Sendung hier eines unterstrichen hat, Star Wars lebt, Star Wars wächst, Star Wars bleibt für uns, mit uns. Und es liegt an uns, den Geist von Star Wars jeden Tag zu leben. Und das werden wir schaffen, weil wir Menschen sind. In all der Unmenschlichkeit sind wir in der Lage, Menschlichkeit zu leben. Deswegen danke, dass ihr Bucketheads gehört habt und wer weiß, was eines Tages wird. Bis dann, macht's gut. You're going to find that many of the truths we cling to depend greatly on our own point of view. Tschüss. ... Vielen Dank.